Hier ist es so, dass jeder, der auch nur Fragen stellt, sofort mit dem Knüppel des Verschwörungstheoretikers bearbeitet wird. Und um diese Fragestellung kaputt zu machen, wird jeder als Conspiracy Theorist, als Spinner, als richtiger Spinner, als Nut dargestellt und fertig gemacht. Und kein Journalist, der sich dieser Aufgabe widmet, die eigentlich seine eigentliche Aufgabe wäre, wenn wir eine Demokratie hätten, die so wertvoll wäre, dass wirklich die Presse ihrer Aufgabe nachkommen würde, passiert das eben nicht. Und dieser Journalist in Amerika sagt, man macht career suicide, macht einen Karriere-Selbstmord, wenn er diese Thematik aufgreift. Und das haben wir leider Gottes in der Bundesrepublik, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass das vom Spiegel über Stern, was auch immer, unisono so gehandhabt wird wie jetzt. Und im Grunde genommen nur über Minderheiten, die Gott sei Dank hier versammelt sind, unter Aufständen, Dinge, die letztlich in die Tiefe des Volkes gedringen können, aber nicht über die eigentlich dazu berufenden Vertreter der Medienlandschaft. Yeah, yeah, womit hat alles begonnen? Als halbjähriger Pimpfgedank im Sternenschema, Visionen eines erschütterten Zwecks, ein vollkommenes Werk. Du hast verkümmert, ich sei zitternd aus dem Zimmerfenster, diese rottende Erde in Trümmern, dann ein Blitzen und Zischen, das Bild verwischt zwischen fernsige Flimmer. Denn heut kann ich mich fertigen, Spinner nur einen Kerrig, da erinnern die Kindheit eines erwärmlichen Kiffers hinterlässt nur Leere im Innern. Und hat mich jährlich immer mehr zu nem Klumpen Fleisch geformt, dessen Geist durch Wut und Leid in einem stummen Schreier vor und frei in eine dumme Zeit hineingeboren. Jung, Herr und verdorben und ich bin auch nur Teil des Unvermeidlichen, nun als doch Erforscher diese Welt. Wenn sie mich als Andersdenkenden betrachten, denn nur ein Eck, doch irgendwann werdet ihr lahmherde geschlachtet. Denn es war zu anstrengend, die Zusammenhänge zu verkraften zwischen Bankern, Politik und Wirtschaft, die Netzstränge der Verwandtschaft, die ein Bruderschaften und Blutlinien die ganze Welt durch Zins belasten. Die Menschen drängeln, es wird hänger und man fängt an blind zu hassen. Konkurrenten wegen Energie und Wasser und am Ende blieb ne Kasse voller Geldkämpfe in den Gassen. Aufständischer Massen aller Kasten, die nach Nahrung Hände ringend krapschen, auch dass wir diese Erde im endzeitlichen Genozid verlassen und ein Andenken zu erschaffen. Dessen Ziel ist es, dass diese Welt an Grenzen prallt und in Pest und Krieg erlischt, weil dort draußen niemand sitzt, der Perspektiven schickt, sondern jemand, der gern sieht, wie man kriecht und sich im Dreck zufrieden gibt. Du siehst das Ziel im Paradies, verstrickt dich definitiv nicht, da dein prädophiler Priest, der zwar von Nächstenliebe spricht, doch damit der Ekel nicht ans Licht kommt, seinen Nächsten niedersticht. Während Regierungschefs in Zirkung von Verschwiegenen durch Delegiert Intrigen spinnen und diese dann in neuen Statuten von Werten instand setzen. Wird die Jugend mit Brand setzen Richtung Behörden und Amtetzen, währenddessen Lieferbund Sand, Ogenfände des Saatguts zur Ente Dankfesten. Und es teplündert weiter Bedarf armer Menschen in fernen Landflecken, verkauft uns deren Wasser vorräht als Wert in schweren Pfandkästen. Denn kann Mensch dann gegen deren Staranwälte ankämpfen? Kontakten hin zur amerikanischen Spionagebasen, samt Kampfkreppen und naziartigen Kampflesten in machttragenden Amtsplätzen, denen alle Skandal egal sind. Doch man kann den Obama mal ansprechen, Privatsphäre ist Vergangenheit, den NSA zählt zu den Stammgästen auf allen Anlässen. Doch ihr bleibt friedlich, da ihr Mutter vertraut, bald ist der implantierte RFID-Chip unter der Haut und ein paar wenige Wiesel wie Radieschen untergetaucht. Doch der Widerstand bleibt schließlich ein Haufen, ein flussloser Klaus. Du bist kein Krieger und kannst wieder zu Kuschelrocks hauen, Sorte strommeln hohen. Große Reden schwingen übers Rebellin, doch das juckt leider kaum. Andererseits muss man sich's trauen, erst mal ne große Klappe zu haben. Denn wir pflegen es heutzutage, Wanzen in den Hosen-Tasten zu tragen. Liefern paar Smartphone-Masten an Daten an die Taten des hochgeasteten Adels. Deine Akte samt Visage digital im Kasten verdraht. Und von Satans geschundenen Untertan per Tasten abfragbar. Jede Aktivität, Teil der Statistik im mathematischen Wahnsinn. Absicht ist die Macht pikkabel über die Gesamtheit der Matrix. Und bist du nach ne Verwarnung nicht handzahm, verwahrt dich ne Anstalt samt Smarties. Da bringt dir nen Schwarzschwein samt Anwalt vom Landtag von Anfang an gar nix. Während dir unaufhaltsam die Panik ganz langsam den Arsch fickt. Es bleibt amüsant und dramatisch mit diesen behinderten Menschen. In dieser Welt ist der Gewinner, der grinst und weiß im Schimmer zu glänzen. Und all die Kritiker zu blenden. Hinter den Wänden versteckt sich das Lächeln des Bankers, an dem der Rest der Welt seinen Hintern verblendet. Fick euer Leben, es gibt jeden Tag keinen echten Jung. Und komm auf diesen Planeten, die Daseinsberechtigung. Denn wenn es du selbst mit dieser Welt willst, du dematerialisierst. Denn wenn es du selbst mit dieser Welt willst, du dematerialisierst. Denn wenn es du selbst mit dieser Welt willst, du dematerialisierst. Ich hab sie Nacht für Nacht studiert, nur bin ich abgefohnt und verwirrt. Lass mich bitte nicht entkreisen, für dich bitten in der Beichte. Doch der einzige Sinn besteht aus Ficken, Fissen, Scheiß. Lass mich bitte nicht entkreisen, für dich bitten in der Beichte. Doch Gott ist tot, weshalb bitte ich meine Zeilen. Und fick es eine Leiche. Ich weiß, ich hab ein Kopf gewinnt. Ficken, Fressen, Scheiß. Ich weiß, ich hab ein Kopf gewinnt. Weshalb bitte ich meine Zeilen. Ich weiß, ich hab ein Kopf gewinnt. Ficken, Fressen, Scheiß. Ich weiß, ich hab ein Kopf gewinnt. Ich weiß, ich hab einen Kopf gewohnt, bist du dasselbe in meinem Kopf, mein Arm und bist ein schwarzes Kopf.